Was glaubt man, Hose, die Fighter, Hose, die, und heute gibt es reichlich Informationen, denn auf der einen Seite haben wir nun Update 4.2.2 auf Global. Lasst euch nicht irritieren, Global ging aber jedoch wieder in eine Wartung wegen einem Problem, darauf komme ich gleich drauf zu sprechen. 4.2.2 ist jedenfalls online, wir haben für JP 4.3.0 Informationen, wir wissen auch, wer als nächstes für Global kommt, nämlich in Goku Black. Wir haben auch die Uhrzeiten, welche ich euch gleich sagen, und wir haben auch die Informationen zu den V-Jump-Scans, zu den Golden Week-Charakteren für JP, welche das sein werden, Freunde. Wir erwarten einen neuen In-Future-Jumps und einen neuen Samastu, da gucken wir uns die Details auch gleich an. Wir haben dazu aber nicht die Scans, aber die Infos und Details schon, Freunde, und die Scans sollten spätestens morgen folgen, also dann können wir bildlich auch sehen, ja, wie sie aussehen, sag ich mal, wie ArtDoc aussieht. Okay, jedenfalls, lasst uns erstmal mit den Infos zu Global anfangen, wie gesagt, Global ist wieder in einer Wartung wegen einem Fehler, welchem Fehler, denn da wurde das Awakening, das Doken Awakening von dem Int-Future-Jumps vom World Tournament schon im Spiel hinzugefügt. Und wurde schon als gelistet, ja, in den Doken Awakening-Tab, kann man ja nachsehen, welche Charaktere ihr Awakening haben, welche Medaille man braucht, und der war da schon drin, obwohl nicht drin sein sollte. Denn, ja, zum einen wird der erst noch Release zum World Tournament, was noch kommen wird im Anfang Mai, und zum anderen war das dann quasi alles verbuggt, deswegen ging Global wieder in eine Wartung. Aber was zum Update 4.2.2 hinzu kam, ist eigentlich nicht allzu viel, Freunde, das Hauptsächliche, was sich daran geändert hat, zeige ich euch mal ganz kurz, ist das Interface. Das User-Interface ist jetzt quasi so wie auf JP, und zwar, wenn ihr zum Beispiel einen Charakter anseht, dann wissen wir auf JP, da sind jetzt quasi die Buttons in Farbe, HP ist in Grün, Attack in Rot und Defense in Blau. Also, ansonsten ist es jetzt vom Overlay her auf Global, genau so wie es auf JP ist, Freunde, auf der ersten Seite seht ihr Level des Charakters Kosten, Leader-Skill, die SA's könnt ihr euch ansehen. Dann auf der nächsten Seite, wenn ihr nach links swipet oder einfach hier unten die Pfeile betätigt oder, ja, auf sie tippt, damit kommt ihr die Passive des Charakters zu sehen, falls ihr ein Active-Skill habt, ein Active-Skill, ihr Dupe-System, dann an der Stelle die Links-Skill und am Ende noch die Kategorien. Oder ihr klickt einfach ganz easy unten rechts drauf, dann wird das Ganze in einer Liste angezeigt und ihr könnt quasi die ganzen Informationen so ansehen, wie es hier ist. Und so ist es jetzt auch auf Global, Freunde, wie gesagt, Global ist jedoch offline, lasst euch nicht irritieren. Bei Transformationscharakterien beispielsweise ist das folgendermaßen, da ist dieser Transformations-Button jetzt oben statt unten rechts, wie beispielsweise bei Evo Vegeta und hier der Button rechts bei jedem Charakter. Da könnt ihr natürlich einsehen, okay, was und wie haben die Charaktere oder wohnen, wie bekommt ihr die Medaille und sagen sofort, könnt direkt ins Tube-System springen und sagen sofort, Freunde, wie das ja quasi auf JP ist. So ist jetzt auf Global vom Interface her, Freunde, und das ist eigentlich das Hauptsächliche, was auf Global geändert hat. Und zudem noch, Freunde, kam auf Global diese folgenden Sachen hinzu, wir haben ein neues Peppy-Godspanner, gucken wir uns gleich an, da werdet ihr aber nicht zusammen, sag ich mal, oder ich empfehle euch da nicht zusammen, die ersten drei Mutti sind seit 30 Stones, ist ein Peppy-Godspanner. Ich meine, Bulla hat die Awakening bekommen, siehst du wirklich sehr gut, die gucken uns gleich an, aber außerhalb davon muss das wirklich nicht sein, spart lieber eure Sohns. Dann außerhalb davon, genau, ja, das sind einfach zu sagen, wirklich die Sachen, die ich gerade gesagt habe. Hier wundern sie sich auch auf Reddit, dass Battlefield noch nicht online ist, Battlefield kommt aber erst morgen, 8.03 Uhr soll das sein, unserer Zeit. Und der letzte Metal-Cooler-Duke wurde noch hinzugefügt in den Barbershop. Und die Peppy-Gods-Event ist, also das Peppy-Gods-Event mit Rebrian ist auch live, weil ihr die Awakening-Medaille braucht, um Bulla und Chi-Chi zu awaken. Sie brauchen jeweils 20 Medaillen-Drobs aus der letzten Stage, Freunde, von dem Peppy-Gods-Rebrian-Stage. Nach dem Awakening von Chi-Chi hat Chi-Chi folgendes drauf, durch die Passive hat sie 100% auf den Angriff als Start-of-Turn und gibt Peppy-Gods-Kategorie-Mitgliedern Key-Plus-Drei und 120% Verteidigung, das ist gestört. Also, falls ihr Chi-Chi habt, erwake sie auf jeden Fall. Ihr könnt sie auf jeden Fall nutzen für Peppy-Gods-Stage in Super-Bat-Road beispielsweise, sie ist echt gut. Gestört zu 2 Bulla, Bulla, ihr Awakening ist wirklich 1a, also wenn ihr Bulla habt, erwake sie auf jeden Fall 20 Medaillen-Proaktieren. Sie tut zum einen Massive ihren Angriff erhöhen, mit jeder Super-Attack macht Supreme-Davage und das deckt sich, das erhöht sich die ganze Zeit. Aber gestört wird es bei der Passive, denn sie gibt jedem Verbündeten Key-Plus-Drei auf den Angriff 40%, wirklich jedem Verbündeten und sie hat eine Dodge-Chance bis zu 60% pro Peppy-Gods-Mitglied im Team. Sollte sie 30% bekommen, weil das glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, bevor das Ganze offline geht. Und Max um 60%, also sie kann auch noch dodgen, ist wirklich sehr, sehr gut. Also Bulla, wenn ihr sie habt, erwake sie auf jeden Fall. Und soviel eigentlich auch zu den Änderungen auf Global, Freunde. Auf JP erwartet uns auch 1-2 Sachen, nämlich Update 4.3.0 erwartet uns auf JP. Okay, das switchen wir aber, würde mal sagen, direkt rüber zu Twitter und schauen uns das genauer an. Denn dann gibt es auch Videobeispiele und dann sage ich 1-2 Sachen dazu, sorry. Und dann kommen wir wirklich zu den interessanten News mit In Goku Black und den neuen Future-Champs unserer Masse. Alles klar, Freunde. Und zwar im kommenden JP 4.3.0 Update können wir zum einen dann mal endlich im Spiel selbst auch von jedem Charakter die Super-Attack sehen. Das haben sich auch viele erwünscht. Normalerweise war es ja so, dass man das im Scouter sehen konnte, in dem Banner. Aber nur von der SSR-Version. Jetzt könnt ihr das bei jedem Charakter sehen, von jedem ihrer Awakenings. Das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Wird in Zukunft noch hinzugefügt. Wann 4.3.0 für JP kommt, es gibt dafür noch kein Datum. Sollte aber in der nächsten Zeit sein. Ist auf jeden Fall ein schönes Update, sage ich mal. Kann man abnehmen. Und abnehmen, sage ich, annehmen. Interessant wird es dann auf jeden Fall hier. Denn das Filtersystem wird angepasst. Und man kann dann nun, wenn 4.3.0 online kommt auf JP, nach Linkskills suchen. Na halleluja. Nicht nur nach dem Namen, weil normal, also bis jetzt kann man ja nur nach einem Namen suchen. Durch das Filtersystem im Dokkan. Nun kann man nach Linkskills suchen. Und man kann aber auch nach gewissen Effekten suchen, wie zum Beispiel, wenn ein Charakter-Stunt sieht und so und so fort. Logo auf JP, ist halt alles auf Japanisch. Ja, der eine oder andere versteht es, der eine oder andere versteht es nicht. Aber in Zukunft kommt das ja auch auf Global, deswegen freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und zum Abschluss noch wird es, das ist wirklich sehr, sehr cool, ein Boost-Button geben. Wenn ihr diesen Boost-Button betätigt, ihr seht, es steht Boost-On dran. Für jede Stage könnt ihr das machen. Zum einen verbraucht ihr dann mehr Stamina als üblicherweise, wenn ihr diesen Boost-Modus aktiviert. Aber wenn ihr diesen Boost-Modus für Stages aktiviert, dann bekommt ihr mehr Senni aus der Sage, mehr Experience und auch mehr Jobs. Also mehr Rewards, mehr Medaille, mehr Charaktere. Hier ist gerade nur ein Charakter gedrobt, aber ihr seht schon, okay, sie haben mehr, das ist ja so grün, sag ich mal, mehr Experience bekommen, mehr Senni bekommen. Und dann, wenn ihr die Sage verlässt, dann bekommst du durch diesen Boost dann noch zusätzlich weitere Preise aus der Sage. Und diesen Boost-Modus finde ich wirklich sehr, sehr gut. Im Umkehrschluss verbraucht ihr mehr Stamina, ihr bekommt, wie gesagt, mehr Senni, mehr Erfahrung. Und da seht ihr schon, da ist noch ein Charakter mit dem Boost gedroppt, mehr M&M und weitere Items, sag ich mal. Das ist wirklich cool. Also hier an der Stelle, wenn ihr überlegt bei Prime-Battle, wenn ihr diesen Boost-Modus aktiviert, okay, ihr zahlt mehr Stamina. In dem Fall sollte es, also hier steht es ja doppelt, die Stamina wird verdoppelt. Wenn es bei jeder Stage so ist, dann ist es halt so, aber nehme ich auf jeden Fall an. Aber dafür bekommt ihr dann mehr Preise, dann können wir mehr Sachen droppen. Finde ich cool, eine sehr, sehr gute Änderung. Und zwar, wo es interessant wird, sind jetzt diese Leaks. Shoutout natürlich an jeden. Dokona, Aisiruse, Kawhi, an jene, die ich hier quasi benutzt habe, Freunde. Ich werde die Links in die Beschreibung setzen. Indcoku Black kommt für die globale Version am 25.04.08.30 nächste Woche. Finde es ein wenig zu spät diese Woche. Hätten wir ihn auch bringen können, denn Metal Cooler's Wanner geht schon am 19.04. Aber am 25.04. startet dann die neue Celebration für Global. Die Celebration wird sich um die Zukunft ziehen, also um die Zukunft, sage ich mal. Und da wird dann Indcoku Black für Global kommen, Freunde. 25.04.08.30 Uhr. Genau. Und Indcoku Black werden wir uns die Tage auf FIFA genauer ansehen, Freunde. Ich werde mich darum bemerken, ihn richtig zu erklären. Was hat er drauf? Sollte man für ihn sammeln. Wobei ich bei dem Summon abwarten werde, wie das Banner aussieht. Denn Full Power Goku und Super Saiyan 3 Bardock waren eigentlich im Banner von Indcoku Black auf JP. Außerhalb von Strength for Sin und so und so fort. Aber speziell Full Power Goku und Super Saiyan 3 Bardock waren erst kürzlich auf Global im Banner von Vegeta. Deswegen denke ich eigentlich, dass das Banner sich ändern wird. Dennoch werden wir uns auf jeden Fall die Tage um Goku Black bemühen. Ich werde euch auf jeden Fall zeigen, was hat er drauf? Was kann man von erwarten? Und ist er vielleicht auch overrated? Das werden wir alles klären die Tage. Interessant wird es dann natürlich hier noch für die Golden Week, Freunde. Japan. Golden Week wird an der Stelle nur für Japan stattfinden. Shoutout an Dokkan an der Stelle und natürlich an die Falljump Scans. Wie gesagt, wir haben die Scans noch nicht, aber wir haben die Details dazu. Also Bildlicht, diese Bilder, die Artworks sollten wir die Tage dann auch bekommen. Golden Week, die werde ich dann auf meinem Twitter auf jeden Fall posten. Der Link ist in der Beschreibung. Ein Dokkan bei LD, könnt ihr gerne abchecken. Golden Week fängt am 27. April an. Für JP, bei uns könnte es auch vielleicht der 26. sein, je nachdem welche Urzeit das ist, wegen der Zeitverschiebung. Aber am 27. April und es kommt ein neuer Zamasu und ein neuer Trunks Future. Beide werden eine Transformation haben, jedoch wird diese Transformation sich durch ihren Active Skill aktivieren. Also das ist nochmal eine neue Mechanik. Und da weiß man jetzt noch nicht, da wartet man quasi auf die Scans oder quasi, wenn wir die Infos in den Daten bekommen, ob sie Zeittransformationen haben. Manche, also jetzt nimmt man halt viele Sachen an. Manche nehmen an, sie haben Zeittransformationen, eine Transformation quasi, eine normale Transformation, wie wir sie kennen, und eine durch ihren Active Skin. Sowohl Trunks als auch Zamasu. Ich bin wirklich sehr, sehr drauf geschaut, wie das verlaufen wird. Aber an sich ist es jetzt quasi was Neues, dass sie sich durch einen Active Skill transformieren können. So einen Active Skill gab es noch nicht. Es gab Support Active Skills und Damage Active Skills. Und jetzt kommen Active Skills mit Transformationen, verknüpft, sage ich mal, oder vielleicht auch separat, dass sie beides sagen. Was meine ich damit beispielsweise, wenn es um einen normalen Zamasu handelt, dass der sich durch die Transformation zu Fusion Zamasu transformiert, wie eine Transformation von Inkoku Black, von E.O. Vegeta oder Goku beispielsweise. Und dann, dass sich dieser dann durch die Transformation des Active Skills zum korrupten Version transformiert. Quasi die Version wie Tech Fusion Zamasu, in dem die eine Körperhälfte, ja so lila ist, sage ich mal, und so könnte ich mir das vorstellen, bei Trunks wäre jetzt bei der Baseform Super Saiyan und dann in den Sword Modus, Spirit Sword Modus. Aber wie gesagt, wenn wir die Scans haben, dann wissen wir dazu mehr. Bin auf jeden Fall drauf gespannt, Freunde, aber ein neuer Zamasu und ein neuer Trunks Future werden kommen. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Und für JP soll es ein Fan sein, wird es bis zu 42 Dragon Zones geben am Goku Tag. Goku Tag fängt an, das sei glaube ich am 9., 10. und 11., ne 8., 9. und 11., ne 8., 9. und 10. Mai, sorry, sollten Goku Day sein, aber das sehen wir dann auch gleich hier. Ah ja, hier steht es da dran, hier steht da dran, sorry. Am 8. Mai gibt es 13 Dragon Zones, am 9. Mai, sorry, 14 Dragon Zones und am 10. Mai 15 Dragon Zones. Shoutout an Govita Yandashi, natürlich, er hat die V-Jump Scans natürlich hier jetzt schriftlich preisgegeben. Die Scans erwarten wir noch, wie gesagt. So viel dazu, lasst mich auf jeden Fall wissen, was haltet ihr von dem neuen Trunks Future, neuen Zamasu für Golden Week? Ich bin echt drauf gespannt, was sie drauf haben werden. Dann gibt es noch ein, zwei weitere Sachen zu ein, zwei weiteren Spielen, Freunde. Legends bekommt einen Super Saiyan Broly, aber aus Dragon Ball Z, nicht aus Dragon Ball Super. Und ein Metal Cooler wird kommen. Außerhalb davon, Freunde, wird Xenoverse 2 ein DLC bekommen mit einem Super Saiyan God Vegeta als spielbaren Charakter, den ihr dann spielen könnt. Sollte im Juni kommen. Und für Dragon Ball FighterZ kommt ja ein Goku GT als DLC Charakter. Und dieser wird sich, man nimmt es aktuell an, während der Super Attack zu Super Saiyan 4 Goku transformieren. Ähnlich wie Super Saiyan Goku, der sich bei der Super Attack zu Super Saiyan 3 Goku transformiert. Jump Force, wie gesagt, das sind die DLC Charakter, die für Jump Force kommen. Die hatten wir auch letztens schon besprochen. Biski, Toshiro, Katsugi, Trafalgarlo, Grimjo und Madara. Und ansonsten wäre es mehr oder weniger so viel. Genau, Jump Force bekommt auch den fetten Buu. Den guten Buu, sag ich mal. Und dann gucken wir mal ganz kurz noch ein, zwei Sachen für Dragon Ball an. Äh, was heißt Dragon Ball? Dukan Battle. Nämlich zum einen werden wir dann noch ein Extreme Siebel bekommen für Global. Am 30. April 8.30 Uhr. Das Extreme Siebel von Super Saiyan 3 Vegeta. Am 25. kommt dieses Event auch online. Am 25. startet auch Goku Black mit seiner Celebration. Zudem, ja, die Active Skills wurden auf Global hinzugefügt mit dem Update. Aber es gibt ja noch keine Active Skills Charaktere. Aber das ist ja eh der Fall, Freunde. Das 4 Jubiläum in Global ist ja erst im Juli. Und davor werden sicherlich Charaktere vorgezogen. Denn da fehlt Content. Und Kid Goku, bin ich mir sicher, wird auch vorgezogen. Und der hat ja einen Active Skill. Deswegen wurden die Active Skills quasi auch implementiert im Spiel mit 4.2.2. Gibt aber noch keine Active Skills Charaktere. C18 wird die nächste Preiskarte für das World Tournament of Global. Das World Tournament of Global fängt am 4. Mai an. Soll ich mich, 4. Mai 8.30 Uhr. Und wie gesagt, Super Trunks bekommt sein Awakening. Aber wurde schon ins Spiel hinzugefügt. Deswegen ist es wieder eine Wartung. Außerhalb davon, Freunde, mehr oder weniger werden es alle Informationen, die wir aktuell haben zu Dukan Battle, zu den Fall Jump Charakteren, oder zu den Fall Jump Scans, die Scans selbst, wie gesagt, haben wir noch nicht. Sollten die Tage kommen. Ich werde sie auf jeden Fall auf, ja, auf meiner Twitter-Page posten oder auf meinem Discord etc. Könnt ihr gerne abchecken. Ich gucke mal ganz gut, ob irgendwas Neues hinzukam. Genau, außerhalb davon bedanke mich dann fürs Zusehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my word. You a man, bro, don't you cry. I'm a girl back after I'm done, I'm done. Next time you wait, it won't be alright. Untertitelung des ZDF für funk, 2017